Schade. Ich dachte, ich hab ein Secret zu haben. Oh doch doch, du hast das Secret hier. Ist die Tür offen. Wie, ist Klo? Ne, ne, hier oben. Oh. Hä? Oben ist die Tür offen. Die war vorher zu. Also, als ich hier oben war, war die noch zu. Moment, was? Oben die rote Tür. Achso. Ne, nicht die andere rote Tür. Ne. Die war zu, als ich hier war. Hier ist ne Miene drin. Gott, so viel Schrägen laufen. Danke. Was Klippempfehler oder was auch noch, was ich da drunter schlupst hat. Bäh. Weil die war zu, glaub ich. Mal gucken, was hier an der Wand alles steht. Finde ich auch interessant. Danke. Ja, ne, ich wollte dir bloß wieder eins geben. Das ist nicht viel. Das kann ich auch nicht zuffern. Oh mein Gott, ich kann viel zocken. Hold on. Da gibt's ein Spiel. Echt? Ja. Boah, cool. Ich seh da nichts. A game, a game, a game, a game, a game. Not finished. Lass mich auch mal. Wie kann ich da... Ich weiß nicht. Ah. Kann ich da jetzt ran mit F? Ja, jetzt ist R ran. Mit F? Achso. 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 Ja, ich kann ja jetzt neben mich nicht ran. Aber ihr seht das, ne? Das Spiel selber sieht man nicht, das sieht man nur wenn man selber dran ist. Okay. Deswegen würde ich da gerne auch dran, um das Achievement zu kriegen. Let's get started. Das ist ein Achievement? Hallo, F. Ja, warte, ich geh mal weg. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Doch, geht schon. Ich drück doch jetzt F. Nein, ich bin jetzt bereit. Es geht nicht mehr. Scheiße. Wie steuere ich das Ganze mit? Enter geht's nicht. Ich klicke jetzt an den Optionen. Ich stelle die Optionen mal wieder hoch. Aber es dürfte... daran darf es eigentlich nicht liegen. Hm. Okay, anscheinend ist das irgendein Simulator. Ich kann aber nix mehr lesen, weil das irgendwie rumspackt besser. Da bin ich jetzt dran. Ich darf dieses Spiel einfach nicht spielen, nein. Was ist die Miene? Ach komm. Du sollst auf mir drauf, du Kack-Miene. Ja, wo ist die Miene? Ah, jetzt geht's wieder. Ah, natürlich geht's wieder jetzt. Bei mir geht's nie. Ich würde mich gerne mal wissen, wie das geht, aber nein. Ich drück 11 und drück 11 und drück 11 und drück 11 und drück 11. Und nix passiert. Ne, ich glaube, dass der Tiefmisskipps dafür, wenn man das Spiel gewinnt. Ich habe jetzt schon Schulden von, oh, so 12 Billionen. Ne, ich noch nicht. Okay, ein andermal. Das fällt jetzt leicht langweilig. Ich würde das wenigstens gerne mal sehen. Guck Video. Ja, du mich auch. Ich würde das jetzt selber sehen. Sonst nicht auf dem Bildschirm, sondern irgendwo unten oder so drauf gucken. Du kannst es aber nur auf dem Bildschirm auswählen. Scheißspiel. Scheißspiel. Ja, komm, wenn ich das nicht spielen kann. Oder nicht mal sehen kann. Okay, andere Map. Ja. Ejo. Du hast schon wieder eine Mine auf dem Kopf. Jetzt noch höher als vorher. So, jetzt aber, komm. Andere Map. Wow, die ist jetzt echt gescheit weit oben. Ja, dann guck ich mir erst mal die Mine an. Ganz kurz nochmal. Tui. Okay. Weltkarte. In die Anlage nochmal. Im Park. Äh, all right then. Diese Noob Map. Was steht denn hier eigentlich? Warum lade ich so unglaublich lang? Hey, hier ist eine taktische Angabe von Schwem. Von wem? Von Schwem, hier. Ah. Wir litten alles drauf. Brains. Alerts, Joker, New Enemy Type. Kein Bock, das alles zu lesen. Da steht Brains. Die Tür kann man bestimmt auch aufmachen. Die Tür kann man bestimmt auch aufmachen. Okay. Was denn? Nö, die Schwämme saugen. Gibtige Klötigkeiten auf und fahren wir dann über Tage in Wahrung. Ja, wir fangen noch nicht an. Wir suchen jetzt Geheimnisse. Ja, ich habe jetzt nur aufbereit gedrückt, um zoomen zu können. Achso. Wenn wir dann jetzt. Der Bar war ich nie drin. Also, ich höre auf jeden Fall schon mal Techno-Mucke. Techno-Mucke. Okay. Ich suche die Geheim-Shotgun unter der Bar. Ich räume auf. I'm done. Kann man es auch mal nicht? Ja, man kann das Arschmähe rausschließen. Rolling, ein Neuner. Vor allem, wenn wir uns inspirieren dabei auch. Oh, das geht gut. Schade, dass dann immer nur einer spielen kann, ne? Was denn? Ja, soweit zwei da spielen, beginnt die Runde. Achso. Ah, da hinten ist wieder ein Videogame. Darf ich diesmal vielleicht da zuerst dran? Ja, okay. Nee, wie läuft das denn? Wie sieht man das? Ja, mit den Pfeiltasten. Links und rechts und so weiter. Und mit F nochmal. Ach, Game of 2. Das ist falsch geschrieben hier. Game of 2. Warte, das ist jetzt Snake. Das ist wieder ein anderes Spiel. Das ist aber vorher nicht. Ah, es geht wirklich mit den Pfeiltasten. Okay. Hap. Ich will aber sehen, wie der Top-Score einfach 42 ist. Game of a. Ja. Game of a. Off a. Ich bin jetzt bei 6. Boah, 42 ist gar nicht schaffbar von der Größe des Bildes einfach hier. Fast. Ja doch, das zoomt gleich raus. Ah. Irgendwie bei 10 oder so. Jetzt sehe ich das Spiel nicht mehr, weil... Bäh. Meine Fresse, man sieht das Spiel irgendwann einfach nicht mehr, ne? Ich bin so schlecht ein Snake. Bin ich bei 10? Irgendwo. Ich glaube bei 10 war es ungefähr. Die Anlagen schauen ja hier draußen schon echt cool aus irgendwie. Ach, mal ein Highscore möchte ich jetzt doch knacken. Ich bin bei 15. Das gibt bestimmt ein Attifement. Ja, wenn du ein Spiel im Spiel schaffst, gibt es ein Attifement, ja. Man, dann muss ich jetzt auch zocken. Ich hatte bei 7. Bisschen Wechsel. Wechsel wozu? Zum kleineren, also größeren Feld. Achso. So schön, wie er es vorletzterweise in der Snake drin spawnt. Hoppala. Kein Bock mehr. Ich höre es als Schiff, wenn ich das einfach schaffe. Ich spiele lieber dieses Spiel hier. Ich meine 42 ist das Ziel, die 31 habe ich jetzt schon, also... Und so, ne? Scheiße. Das ist kacke, wenn man da zu schnell drückt, dann geht es dann so. Ja. Ja, dann habe ich die einfach veröffentlicht, weil ich muss gleich ja die Maus bewegen, weil ansonsten wird man ja in dieses blöde Dings gepackt, ne? Hm, bei mir nicht. Nee. In diese Rundumsicht, wenn man die Maus nicht bewegt. Die Fall ist das gelangt. Ja. Nicht der Fall. Glaube ich. Auf Turnmap hatten wir doch nicht sogar schon das Ziel getroffen. Nein. Wir müssen den Club auf. Achieve man das, oder wie? Na nö. Das war jetzt noch ein Spruch von mir. Aber dann war es scheiße. Ja, der war echt scheiße. Muss ich schon sagen. Ja, ja. Nein, ich will nicht sterben. Ach, hier sind die Minen. Hast du so ein Wohnkomplex, oder so? Ich schätze, eher so Urlaubskomplex. Kannst du mit Sky da hochhüpfen? Versuche ich gerade. Nein, ich kann hier auf der Kante stehen. Ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwo hier dran festzuhalten, ne? Ne, da komme ich nicht hoch. Gerade. Kann man auf dir stehen? Kann man auf Leuten stehen, in dem Spiel? Glaub nicht. Dann bleib mal hier direkt vor mir stehen, bitte. Doch, kann man. Aber nur ganz kurz. Hier ist ein Typ, der hält ne riesen Eisenstange und versteckt sich hinter Gisten. Mach nie ständig. Geh ja weg, du Hax. Du zählst mich ein. Okay. Aber die Typen gibt es ständig, also das ist nichts Besonderes. Ja. Reich kennen wir ja schon. Hm, vielleicht gibt es nicht auf jedem Atem-Sieg. Aber auf dem müsste es abgeben. Äh, ne. In hier Labor gibt es ein größeres. So, ja. Ja, dann lass uns mal da hingehen. Aber eine Sache habe ich noch nicht getestet. Lass den. Lass den. Lass den. Die hinten. Was ist denn denn? Ja. Okay, dann eine Sache noch. Wie hast du die Tür aufgegriffen? Da ist ein Knopf daneben, eine Pernalfläche. Emi at the Dingoes. Dingoes. Live, Elysian One. Uh, das ist mein Kostüm. Mhm. Sieht sehr viele Shots. Ja. Und lenkt Gegner 30% länger ab. So, jetzt gehen wir. Let's get going. Obwohl, warte mal. Hier oben ist ein Code. Wie ich wasch. Hör mal aufzuschießen, verdammt. Da oben ist ein Code. An der Decke. Ja. Und hier steht... Review. I love Strawberry. I'm happy. Was ist das? Scheiße. Übrigens. Egal, einer hier bleibt. Irgendwie bin ich der Meinung, dass... Irgendwo hier für den bestimmten Code-Eingabefeld ist. Weil der Code da oben wird ja nicht umsonst sein. Wirklich. Ich mein, vielleicht ist es auch später. Höhöhöhöhöh. Ist das vielleicht irgendein Cheatcode? Glaube ich vollkommen. Die werden wohl keinen Cheatcode hier einbauen. Ich kann mir nicht einmal eine richtige Konsole. Aber merkt das. Was? Ne. Manchmal passiert auch was, wenn man es einfach so eingibt. Wenn... Ja, ohne irgendeine Konsole. Hörst du auch? Gut. Ich hab doch geschaut, dass man hier irgendwie reinkommt. Weil... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier reinkommt, wenn man den Code eingibt. Aber wo? Moment, hier hinten geht es, glaube ich, auch noch ein klein wenig weiter. Zu einer Kante. Na, aber da wollte ich auch. Doch kommt doch kein Mensch hoch. Ne, geht nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ja. Kann ich die mir denn auch auf den Kopf tun? Meine Fresse. Ja. Schön. Dein ist... Kriegst einen Gummipunkt. Hotel Blocks. Wo bin ich hier? Achso. Im Busch. Hölz im Busch. Und so weiter. Okay, dann weiter. Bio-Labor. Jo. Ja. Aber warte mal. Ganz kurz. Was denn noch? Ich hab mich gerade entschieden, mir diesen Code aufzuschreiben, falls der für einen anderen... ...die für eine andere Map ist oder so. Gut. ACP, wa? Das ist doch so veraltet. So, ein Stück Papier. Sag mal, wie hast du die Mine da oben eigentlich hinbekommen? Jetzt hängt die praktisch... Warte mal, Markus. Die Mine hängt... Die hängt... Die hängt gerade im Laser drin. Das ist so toll. Die schwebt jetzt hier frei durch den Raum. Kann ich die bewegen? Ja, mit dir zusammen anscheinend. Wo ist sie? Ich dürfte jetzt so beim Baum sein. Okay. Wenn ich sie sehe. Gehen, Baum. Ja. So cool. Wir gehen. So cool. Du kannst das als extra Folgen hochladen oder das als extra Part. Na ja, Bierlavor. Wir erkunden sinnlos die Gegend. Ja, schnei ich trotzdem. Weil das dauert jetzt eine ganze Weile. Yes. Mann, weil ich langsam glaube, dass mein PC überlehrt. Weil bei mir lebt nichts mehr. Okay. Okay. Ja, du bist gerade irgendwie raus. Ja, super. Vielen Dank. Ich bin hier raus. Tappen sie auch nicht mehr. Ja Sorry when you are Task Manager, doch Task Manager Geht glaube ich noch So, wo ist hier Achso, wir brauchen Ja, Programm schließen, funktioniert nicht mehr Ok, dann warten wir kurz Bis wir wieder da sind denk ich mal Hmm Ein Cut machen oder? Ja, ich schneide das gleich raus Ok, dann kann ich ja Salzknopf fressen Oder Salzknopf fressen, genau Hier ist ein Knopf Noch nicht Jaja, ich klappt gut Angekommen Der hat noch Mir ist nix angekommen Jetzt? Ja Ok Bindung wird hergestellt So So Biel, bitte Lass mich Aber was für kleine Stelzen Simon da eigentlich steht Jetzt stelle ich mal kurz die Effekte wieder runter Das nervt mich So, ok Nein, noch nicht ok So, wo ist denn der Knopf? Ach da hinten, Moment Ich muss mich mal hinlaufen Klack Ah Elipha Pharmazeutical Industry Was? Hm Achso, ja British Okay Hier ist noch ein Code Das sind böse Experimente, die hier gemacht wurden Ich schreib den zweiten Code auch gleich auf, ne? Ja Ähm, das eine war, wie hieß die erste Map? Keine Ahnung Auf jeden Fall ist das Code 1, so Äh, das war Park Ist das hier die zweite Map, die wir spielen, oder? Ja, ne? Ich kann hier bauen Das ist toll für dich Das ist toll für dich Kannst uns hier bauen Achso, über uns dann praktisch Cool Ja Was denn hier in den Gefäßen? Hm Warte mal Da wird eine Ecke angezeigt Das heißt der Turm geht hier durch den Boden durch? Ja, der geht durch den Boden durch 5S D8 Schau mal Schatten Dann wird hier mal festgenähtet drin Ja, das ist grad so scheißegal Ich versuch den blind Code zu konzentrieren und abzutreppen Aber war das jetzt schon das große Geheimnis? Ja Hm Weißt du warum? Wir sollen jetzt zwei Codes haben schon Erstens das Und zweitens, weil wir jetzt gesehen haben, was die hier mit den Läufern machen Sie stecken Ähm Bolzen rein Ja Mit Zündketten an der Spitze Sieht so aus, das sind nur Dinge, die die Blitzdürmer haben Hm Wird nie Wird nie Wird nie Wird nie Weil man sich so drunter verlegen müsste Drei Filze Ich weiß nicht, ob hier vielleicht sonst noch was ist Explosionen Explosionen Oh ja Habt ihr die verursacht, oder? Nein Okay Okay, dafür ist aber jetzt die Tür hier oben zugegangen Zum rechten Bereich Biolab hier? Ja Ist hier nicht, es ist hier Ja, die äußere Tür meine ich Ach doch Doch, das ist jetzt komplett abgeschottet Was ich jetzt davon halten soll, keine Ahnung Das ist ja kacke Das war vorher voll cool, dass man da durch war, dran Ich glaube das ist der Nachteil daran, dass man das gesehen hat Hm Ja, wie gesagt, da kommt nichts mehr raus Was? Die Türen sind beide zu Echt? Wie? Die Gegner kommen ja auch nicht raus Wenn du hier guckst, die Tür ist zugemacht Wo sie normalerweise rausgekommen wären Hä Ah ist Das ist, das ist, das ist jetzt schon ein geiles, siehst du, Eck? Dass der Knopf einfach einem voll weiterhilft Dass die alle nur noch da rauskommen Ich würd mal interessieren, ja, was jetzt passiert Äh, warte mal ganz kurz Ich lauf dann mal da hoch Denn die werden halt nicht mehr rauskommen Ja, aber ob die jetzt hier rauskommen oder da rauskommen Und wenn du es durch die Gegentrennen und dann vor Verzweiflung explodieren oder sowas Vor Verzweiflung explodieren Das sind jetzt 2 und 21 gleich hier War das immer so? Ja, ich meine schon Machen wir die einfach so schnell kaputt und schauen, was passiert, wenn die hier rüben rauskommen Äh, warte, ich guck grad, ob wir Ob ich die Türme zurückholen kann Aus dem Labor raus, okay Ja, machen wir die jetzt so schnell kaputt Und dann los Ich bin gleich wieder im Gap So Ich hab aber den scheiß Läufer hier So schnell machen, ne? Achso, die zweite Welt kommt auch noch hier raus Äh, jetzt können wir mal kurz Türme bauen, zum unterstützen